Hallo, ich heisse Joel Bierer und bin im dritten Lehrjahr als Elektroniker. Ich mache die Lehre in der Firma WKG in Beretswil. Als Lehrling in der WKG fertigt man komplette elektronische Geräte. Bauteile wie Widerstand oder Konservatoren muss man von der Lage heute ein Stückchen nehmen. Früher muss man in der WK schon präzise Arbeiten ausführen. Es gibt eine viel einfache Methode als jedes einzelne Bauteil zu löten. Für das haben wir eine Wellenlötmaschine. Aber wir löten auch sehr viele Produkte vorhanden. Als Elektroniker muss man auch programmieren können. Ich kann bei einem herausgefundenen Lehrlingsprojekt ein Läuflich programmieren. Wenn du interessiert bist, dann bewirb dich jetzt bei der WKG für eine Lehrstelle. als EVERYB cocktail ausgerissen. Hier ist ein WKG. Ich finde die расскage und die Welt einst die mit dem Manifest. Ich werde die steamrenzeln. Vielen Dank.